Einen besonderen Rückblick in die jüngere Geschichte bietet seit dem 6. Juli das Stadtmuseum Jena. In der zweiten Etage geht man dort in einer Ausstellung auf amüsante und informative Weise der Frage nach, welche Rolle Bier, Wein und Hochprozentiges damals im sozialistischen Osten Deutschlands spielten. Wir haben hier versucht, die Trinkkultur der DDR näher zu beleuchten. Das ist eine Ausstellung über Alltagskultur, deswegen haben wir Gegenstände aus dem Alltag der DDR museal inszeniert. Und diese Gegenstände sind für sich schon sehr sehenswert, aber meistens erzählen wir auch noch Geschichten und Geschichte dazu. So kann der Ausstellungsbesucher etwa in einem nachgestalteten DDR-Wohnzimmer Platz nehmen und einige dieser Geschichten rund um den Alkohol in Bild und Ton erleben. Neben den feuchtfröhlichen Privatpartys erfährt man auch etwas über die Trinkkultur im öffentlichen Raum bei verschiedenen Festen. Die Gaststätten sind ebenso ein Thema mit ihrem typischen Mangel an Sitzplätzen und den langen Wartezeiten. Auch wenn es an vielem fehlte, Hochprozentiges war genügend vorhanden und der Staat verdiente gut daran mit. Während im Westen eher Wein getrunken wurde, war die DDR Schnapsweltmeister. Im Wendejahr überflügelte man den westlichen Nachbarn auch im Bierkonsum mit 146,5 Litern pro Kopf. Die Ausstellung im Stadtmuseum widmet sich abwechslungsreich der Thematik Trinkkultur und das soll auch viele interessierte Besucher anlocken. Zum einen sprechen wir natürlich die Leute an, die das selbst miterlebt haben in der DDR, zum anderen aber auch Jugendliche, die nicht wussten, wie wurde in der DDR getrunken oder wie ist mit Alkohol umgegangen worden. Also im Endeffekt ist das eine Ausstellung für Jung und Alt. Und ansonsten haben wir hier natürlich keine Verherrlichung, sondern wir haben versucht, die Balance zu finden zwischen trinkender Geselligkeit und auch dem Thema Sucht. Kritische Töne werden also keineswegs ausgespart. Der Tisch Walter Ulbrichts, einem erklärten Gegner übermäßigen Alkoholkonsums, ist in einem nachgestalteten Zimmer aus einer Suchtstation zu sehen. Noch bis zum 7. Oktober, dem Tag der Republik in der ehemaligen DDR, wird die Ausstellung in Jena gezeigt. Töne ist eine Ausstellung.